Bis zum nächsten Mal Leute. So, herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Flat-On-Ultimaker-Nage Ja... Ich bin begeistert. Wunder, dass ich trotzdem noch Erster gewor- Alter! Es ist ein Wunder, dass ich trotzdem noch Erster wurde. Soll ich mir das gegen... ...mein Mikrofonständer gekommen? Ja... Hm... Ja, nein, in diesen Runden gab es ein bisschen... Ich glaube es ist ein paar Ausfasser. Weil drei Runden sind doch ein bisschen krass. Selbst für nicht. Und... Ja, ich finde mich jetzt ein bisschen mehr anstrengend. Motor Raceway 2... Äh... Machen wir einfach mal. Machen wir einfach mal. Kann ich mir mal vorbeilassen. Dankeschön. Läuft bei euch. Genau, läuft bei euch. Und... Ja, genau... Hm... Wollte ich schon sagen. Ich flieg schon wieder... ...wegen unnutzten Krams... ...durch... ...durch die Lüfte einfach. Ach... Alter, wieso zieht der denn an mir vorbei, Alter? Der muss doch einen getunten Motor haben. Habt ihr gesehen wie schnell er an mir vorbeigezogen ist? Der muss doch einen getunten Motor haben, Alter. Ja... Und er hat nicht gut genutzt. Das kann auch sein, aber... Er ist doch krank, Mann. Ja, genau! Ich hab doch... Ich sag dazu nichts mehr. Nein! Nein! Warum auch? Warum sollte ich dazu was sagen? Beruhig dich. So, ich bin ruhig. Mich kotzt nur an, wenn ich hier... ...wegen... ...Sachen faile. ...für die ich eigentlich gar nichts kann. Weil, wie soll man wissen, dass man... ...ähm... ...wegen gewissen... ...ähm... ...ja... ...Dingen, die auf der Straße liegen, einfach... ...weggecheckt wird. Weil, Leute... Ihr müsst wissen... Es gibt Sachen, die auf der Straße liegen... ...bei denen wird man überhaupt nicht weggecheckt. Die checkt man selber weg. Also, die werden von der Schuster... ...oder vom Auto selber so ein bisschen weggefeuert. Und man hat da überhaupt keine... ...ja... ...verkehrstechnischen... ...veränderungen dran. Man fährt da genauso weiter, wie man halt möchte. Und es gibt halt auch trotzdem Sachen, wie... ...wie gerade jetzt... ...wo man einfach weggecheckt wird... ...und... ...ja... ...in einer anderen... ...in einer anderen Richtung gefeuert wird... ...und... ...ja... ...einfach random hier... ...ja... ...guck dir den Scheiß doch mal an schon wieder... ...wenn ich jetzt... ...alter... ...ich hab... ...tausendmal respawn gedrückt... ...tausendmal... ...tausend... ...mal... ...tausend... ...mal! Ich weiss, ich drehe durch, was brauche ich um mich zu beruhigen? Scheiße, es tut in meiner Hand weh, aber ist egal. Weil mich kotzt sowas an. Es gibt wirklich Sachen, da wirst du weggecheckt und es gibt Sachen, da wirst du nicht weggecheckt. Das ist doch behindert, Mann. Alter. Das hat mich in den letzten Parts schon aufgeregt. Vorhin in der letzten Runde ist es besonders beschissen, wie das bei mir passiert ist. Das kann ich den ganzen Scheiße normal machen. Aha, ist das Spiel trotzdem doch scheiße. Boah, das Spiel ist an sich, an sich ist das Spiel nicht scheiße. Ich finde nur scheiße, dass man von jedem kleinen Scheißdreck weggecheckt wird. Vor allem, wenn man das überhaupt nicht gebrauchen kann. Dass man weggecheckt wird. Und wenn man es nicht erwartet, so wie jetzt gerade. Und ich will jetzt noch gegenlenken. Habt ihr es gesehen von dem blöden Scheißhütchen? Von dem behinderten Scheißhütchen? Na gut. Das soll realistisch wirken. Eigentlich. Tut es ja auch. Aber es ist trotzdem scheiße für ein Racing Game. Aber wäre es mir lieber, wenn das wieder, wenn das unlogisch wäre. Ganz ehrlich. Dass ich alles wegfeffere, das nun geht nicht mehr. Weil das doch behindert sowas. Wie soll man hier ordentlich fahren? Guck dir den Scheiß doch mal an hier. Guck dir den behinderten Kack an. Hier werde ich von jedem... Von jedem Scheiß werde ich hier weggefickt man. Guck dir den Scheiß doch mal an hier. Da bin ich schon wieder 8 da. Wie behindert ist denn das? Das schaffe ich nicht. Vergiss es man. Mann. Ich drehe euch durch mit dem Scheiß. Von jedem verfickten Scheiß direkt wirst du weggecheckt man. Da kannst du machen was du willst. Außer du fährst so gut, dass du so einen großen Vorsprung hast, dass du dir das leisten kannst. Anders geht das nicht. Ja, guck dir den Scheiß doch mal an ey. Fick dich. Sorry, dass ich manchmal... Guck dir den Scheiß doch mal an hier. Mann, fick euch. Fick dich. Diese perfekten Scheißdinger ey. Diese perfekten Scheißsachen die hier überall rumliegen. Das kotzt mich so an ey. Weil es kotzt mich so dermaßen an. Es kotzt mich so an. Ey, wie geil war das denn gerade? Habt ihr's gesehen? Alter wie geil. Habe ich erstmal Salto gemacht, Mann. Ohne Geschwindigkeit zu verlieren. Na, Hammer. Das war ja geil. Oh, ich habe schon einen Vorsprung. Ich kann mich beruhigen. Geh jetzt noch ein bisschen. Ich kann mich ein bisschen beruhigen. Oh, Mann. Die Zeit kann ich aber gar nicht so lange mehr nutzen. Das redet mich halt immer so auf, wenn ich so weggecheckt werde von irgendeinem Scheiß, wenn ich aus Versehen auch mal anfahre. Alter. Das geht gar nicht. Ich bin jetzt zwei, drei Sachen angefahren, die mich... Gecheckt haben wir jetzt nicht, aber... Naja, habt ihr ja gesehen. Ich finde das so scheiße von Flatout. Ganz ehrlich. Ich... Das ist die einzigste Sache, die mich da ankotzt. Das ist die einzigste Sache, die mich da wirklich extrem ankotzt. Da wirst du so schnell weggecheckt von irgendwelchen Gegenständen, die auf der Fahrbahn liegen. Alter, wenn du... das ist... Das ist unfassbar, so was. Das geht gar nicht. So eine halbe Stunde nimm ich noch auf. Und dann... Also einen Park mache ich noch. Mit dem hier zusammen. Also ich... Also den mache ich noch fertig, den Park, und den mache ich noch den nächsten Park. Und dann mache ich noch eine Pause. Da wäre ich jetzt schon durchdreh, Alter. Länger kann ich nicht. Da würde ich... Da würdet ihr mich nur noch schreien hören, eigentlich. Das geht nicht. Na gut, zweimal Zweiter, zweimal Erster. drüber, weil ich circled. Wünschen den Blick. Aber den ganzen Scheiß, mit dem ich hier weggecheckt werde. Ja, ich bin... Ja, Mann, ich bin der Germany's next Panzer. Dicker. Habt ihr es gesehen? Wow. Alter. Voll weggepfeffert. Habt ihr es schon wieder gesehen? Ich habe es schon wieder so ein bisschen zur Seite weggepfeffert. Zumindest bin ich auf zwei Rädern gefahren. Das gehört dann nämlich auch dazu. Dann kann man auch ein bisschen beschissener werden. Das finde ich echt behindert. Und darum habe ich hier einen rausgequasht, obwohl ich überhaupt keinen in der Nähe hatte. Und da sieht man dann auch gar nicht, wer das war. Oh, bitte. Die beiden habe ich vor mir. Ich habe eine ganz gute Chance, Erster zu werden. Wer denn? Wenn ich hier nicht... Habt ihr schon wieder gesehen? Wenn die Haube vorne weggecheckt wird. Yeah, Germany's next Panzer. Panzer. Paul Panzer. Selbst grüßen. Auf jeden Fall. So. Ja. Wenn ich so weiter fahre, habe ich eine gute Chance, Erster zu werden. Nein, noch nie so... Glück. Das war Glück. Habt ihr wieder Glück? Glück gehabt. Ja, habt ihr den Scheiß gesehen? Schon wieder. Schon wieder ist diese Scheiße passiert. So schnell kann es passieren. Und guckt mal, wie schnell ich schon wieder Fünfter bin. Das ist doch unfassbar. Guckt ihr den Scheiß doch mal an. Bei jedem Scheiß werde ich weggecheckt, Mann. Bei jedem Scheiß. Das kann doch nicht wahr sein. Scheiß mal auf die Nachbarn, wenn ich so rumbrülle. Na gut, es ist zwei Uhr morgens, aber das ist mir scheißegal. Wie behindert ist denn das bitte? Was soll denn das? Mann, ich war erst da, bevor ich von dem Scheiß gecheckt wurde. Eben schon wieder. Eben schon wieder. Eben schon wieder, ganz ehrlich. Alter, das gibt's doch nicht. Bin ich nur Erster? Ich muss mal warten. Ja, ich ziehe Punkte. Das ist super. Entschuldige. 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 Ich könnte so ausrasten manchmal. Weil jetzt bin ich schon wieder so aggro. Ich bin halt, mittlerweile bin ich schon immer so aggro. Ich warte nur auf einer Stelle, wo ich ausrasten könnte. Die extrem unfair ist. Ich verstehe. Aber ich büschung mir so ausgedeckt. Das ist aber normal. mal bei mir. Ganz normal. Die Musik untermauert das. Ja, häng noch mal drei Stunden da fest. Super. Na gut, in der ersten Runde. Ist okay. Aber jetzt muss ich aufholen. Jetzt muss ich auf jeden Fall aufholen. Oh, jetzt hat mich das Zugstück ausgebrennt. Ja, genau. Fetzt mir doch 300 Meter mal weg. Boah. Kennt ihr ausrasten.de? Da gehe ich jetzt öfters rauf. Meine Fresse. Mein Bro sagt schon gar nichts mehr. Weil er so geflasht ist, weil ich so ausraste gerade. Ich habe bestimmt Angst, dass ich einen in die Fresse haue, wenn er das sagt. Alter, ich... Ich schmeiß gleich was weg hier. Nein! Blöde! Scheiße! Entschuldigung, ich musste... Ich musste meine Hub rauslassen. Oh... Ich drehe gleich ab. Ich... 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 Ich drehe gleich durch! Deswegen muss ich auch bald eine Aufnahmepause machen, Alter. Ich muss... Ich muss runterkommen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. das war eben feuerzeugbenzin also eine leere dose da habe ich auf den boden geschmissen nach gegen die wand geschmissen ich wundere dass ich also ich habe ich kann schon von glück reden dass ich das nicht gegen den sensor geschlossen hätte oder habe weil das sensor wäre im arsch gelegen um das bei einer mietwohnung zu machen ist nicht ratsam und auch nicht billig das muss man sich zehnmal überlegen ich bin erst dritter mann darf ich wieder reden wo du kannst immer reden also ich naja ich meine wenn du durchdrehst und alles ich hab das ja gesehen und alles rumgeschmissen hast ähm ja du kannst reden das ist alles kein problem alles kein problem ich werde nur nichts ritter weil ich ja alles überfahre aber wenigstens machen die gegner auch die haben die gegner das auch wenigstens haben die gegner das auch dass sie über sachen fahren und 10.000 umfälle bauen aber das ist eigentlich selten der fall dass die npcs hier dass die fahrer das genauso machen dass die ab und zu über sachen fahren die einfach wegfliegen und dass die einfach mit wegfliegen quasi ähm ich hatte die waffe habt ihr gesehen wie knapp das war na gut zwei sekunden aber ach ich hab keinen bock mehr ich hab so keinen bock mehr auf die scheiße ach ja 10 punkte vorne im wunder 10.000 kronen was soll ich damit na gut kann ich meinen canyon kaufen nachher irgendwann 10.000 kronen 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 5 4 5 4 5 5 6 5 5 6